Es geht ja um die Vertuschung und um die Unterdrückung der Wahrheit, was unser System beherrscht noch. Weil die Ausmaße der rituellen Gewalt, welche Ausmaße das auf unsere Führungsstrukturen hat und auf unsere gesamtgesellschaftliche Funktionsweise, das können sich die wenigsten Menschen vorstellen. Es ist das oberste Prinzip, was alles bisher beherrscht hat. Und wir können diesen Zustand nur dann ändern, wenn wir es in die Öffentlichkeit bringen und wenn wir es beleuchten. Besten Bäm zusammen. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich mit der Andrea aus Brandenburg, die Andrea ist 57 Jahre alt und hat in ihrer Kindheit Erfahrungen gemacht mit MK-Ultra. Und darüber wollen wir uns heute hier mal ganz offen unterhalten, um diese Themen mal so ein bisschen sichtbarer zu machen. Und die Geschichte hat ja auch noch lange gar nicht aufgehört. Und Andrea kämpft auch heute noch an sehr wichtigen Stellen, zum Beispiel gerade Behörden, Staatsanwaltschaft etc. Und ihr könnt dabei helfen, dieser ganzen Geschichte noch viel mehr Aufmerksamkeit zu geben. Also, dann mal Bäm, ab durch die Angst in ein hoffentlich super gutes Gespräch. Hallo Andrea. Ja, ich prüße dich, Maike. Ja, danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit nimmst und ja, dass das Gespräch jetzt stattfindet. Ich danke dir. Und auch für deinen Mut, weil das ist nicht selbstverständlich, dass sich Journalisten mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe das schon häufiger mal versucht, in die Öffentlichkeit zu bringen und habe da sehr, sehr viele Absagen bekommen. Ja, wir alle danken dir, Andrea, dass du so mutig bist, jetzt hier dich mit deinem Gesicht hinzusetzen und uns davon zu berichten. Das kostet ja durchaus auch eine ganze Menge Mut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gut, dann fangen wir doch mal damit an. Du hast ja so wie die meisten Überlebenden von MK-Ultra oder überhaupt auch von Gewalt in der Kindheit quasi zwei Leben gehabt. Also eins, in dem du von diesen Dingen noch gar nichts wusstest. Fangen wir doch einfach mal da an. Wie war denn dein Leben oder dieser Moment, als du, also so wie war das Leben gerade eigentlich und dann dieser Moment, als du plötzlich rausfindest, Moment mal, mit mir ist irgendwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Oh, ja, es sind wirklich zwei Leben. Also ich erzähle mir einfach erst mal so ein bisschen aus meiner Biografie, so was jetzt so im Lebenslauf stehen würde. Ich bin ganz normal, Kindergarten mit von vier bis sechs, Kindergarten, Grundschule, ganz normal, Abitur gemacht. Und ich wusste nie, was ich werden wollte. Ich hatte totale Schwierigkeiten mit der Berufsfindung. Ich wusste es einfach nicht. Und ich hatte während der Schulzeit nebenher gekellnert. Und dann habe ich erst eine Lehre als Hotelfachfrau gemacht. Die habe ich dann abgebrochen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Dann habe ich Pädagogik studiert, habe ich auch abgebrochen. Und dann habe ich eine Lehre als Restaurantfachfrau zu Ende gemacht. Das ist wichtig wegen der späteren Programmierung nachher. Deswegen gehe ich da so drauf ein. Und dann habe ich eine Betriebskantine aufgebaut, geleitet. So für Jugendliche, die im normalen Berufsleben nicht klarkommen. Und dann habe ich noch mal studiert. Am Ende nachher Soziologie. Und in Münster war es so, dass du dort ohne Magister promovieren konntest. Und ich habe mich dann an meiner Dissertation herangemacht mit dem Thema Hochbegabung und Elite. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was letztendlich hiermit auch wieder zu tun hat. Und meine Frage war ganz einfach, wie kommt es, dass in unserer Gesellschaft Hochbegabung so zunichte gemacht wird? Beziehungsweise warum die Kinder das so schwer haben in der Schule und, 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 dieses ganze Thema. So, dann habe ich diese Dissertation nicht zu Ende geführt. Habe noch mal zu dem Kind, was ich schon hatte, zwei Kinder bekommen. Und die Ehe ist dann da gelandet, wo man sich nicht wünscht, dass sie beim Scheidungsrichter endet. Und dann stand ich vor dem totalen Nichts und habe beim Joggen im Wald eine Frau kennengelernt. Und darüber habe ich dann noch mal eine Ausbildung gemacht, Versicherungsfachfrau, Fachberaterin für Finanzdienstleistung. Und habe dann am Ende im Bankenbereich Führungskräfte und Mitarbeiter gecoacht. Und, ja, da dann zum Teil auch für einen bestimmten Versicherungsbereich Gespräche dann durchaus auch mit Vorstandsvorsitzenden von Banken geführt. Und dann hat mein Vertriebspartner, ich war selbstständig, den Vertrieb eingestellt. Und dann passierte wieder was ganz Erstaunliches in meinem Leben. Dann hatte ich, ich war wirklich gut in meinem, habe ja auch gerne gemacht die Arbeit. Und dann habe ich bei einer anderen Firma gearbeitet. Und dann hatte ich da ein Erlebnis, wo ich heute weiß, dass da meine Innenpersonen gesagt haben, hallo, geht gar nicht. Ich habe da rein total versagt, ich sollte ein Seminar leiten und es ging nichts. Ich stand da wie Heimdorf und es ging gar nichts. Das war also, ja, es ist jetzt zehn Jahre her, ungefähr zehn Jahre her. Und dann habe ich, seitdem lebe ich von Hartz IV und habe mich wirklich voll auf die innere Arbeit konzentriert. Ich bin auf eine spirituelle Lehre gestoßen von Puramarium und damit habe ich, seit 2009 arbeite ich damit, bedingungslose Liebe. Und habe dadurch dann auch spezielle Fähigkeiten erhalten und auch eine ganz spezielle Heilmethode, die ich so auch bei keinem anderen bisher kennengelernt habe. Ja, Entschuldigung, jetzt muss ich dich mal unterbrechen, ganz, ganz langsam, weil jetzt bist du gleich schon wieder am Ende. Und eigentlich wollte ich ja zum Anfang, wo du das erste Mal plötzlich quasi, also du hast jetzt erst mal dieses etablierte Leben und jetzt muss irgendwie, passiert ja irgendwas, wo du plötzlich merkst, nee, irgendwas stimmt ja nicht. Ja, war ich nämlich jetzt gerade. Ah, Entschuldigung, bitte. Ich habe dann über diese spirituelle Arbeit gesehen, wie ich entjungfert wurde als Kind. Und was mir vielleicht auch nochmal wichtig ist, ja, das war dieses eine Leben und dann dieses andere Leben, wo ich im Nachhinein weiß, okay, da ist was nicht richtig gelaufen. So Sachen, die mir in meinem Leben passiert sind, die eigentlich vielleicht eher nicht hätten passieren sollen, die ich in meinem Tagesbewusstsein in der Erinnerung habe. Also, muss ich mal eben gucken, die habe ich mir aufgeschrieben. So, so einfach so Symptome, woran ich weiß heute, okay, da war was nicht richtig. Zum einen kann ich mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater durch die Küche in der Bundeswehr gelaufen bin als kleines Kind und da waren so riesige Kochtöpfe, also so richtig riesengroß. Also, die waren größer als ich und ich hatte da Angst vor, also richtig Respekt. Dann bin ich mal als Kind, ich bin in der Bundeswehrsiedlung groß geworden, die ersten Jahre meines Lebens und in den ersten drei Reihen wohnten deutsche Militärangehörige. Mein Vater war Zivilangestellter und in den hinteren drei Reihen wohnten US-Soldaten mit ihren Familien. Und dann bin ich zu einer Freundin gelaufen und habe die ganze Zeit beim Weg, auf dem Weg zu ihr hin, in meinem Mund neun Punkte abgezählt. Ich habe immer von eins bis neun gezählt in einer bestimmten geometrischen Form und weiß noch, dass ich mich, da war ich Kindergartenalter, dass ich mich gewundert habe, warum mache ich das denn? So, was ist denn hier los, ne? Dann kann ich mich daran erinnern, dass ein Nachbarmädchen, die ist ein Jahr älter als ich, da bin ich bei ihr, wir ziehen uns aus. Sie hat ein Pornoheft da und wir stellen diese Pornoszenen nach. Da bist du wie alt? Kindergarten. Kindergarten war das. Und das haben wir insgesamt zweimal gemacht. Und da, ich kann noch gar nicht sagen jetzt, also ich wusste nie, warum wir das gemacht haben. Also da war keine Freude bei. Also Herr Kohn-Binnett ist ja der Meinung, dass Kinder Lust empfinden, wenn ich das, glaube ich, mal richtig verstanden habe. Und da ist keine Lust bei gewesen, da ist keine Freude bei gewesen. Wir haben das einfach gemacht. Und dann, ein Punkt war da mal, dass ich Blut in der Unterwäsche hatte. Das war auch im Kindergartenalter. Und meine Mutter ist dann mit mir zum Frauenarzt gegangen. Und meine Mutter stand dann anschließend, saß auf dem Stuhl, ich stand daneben. Und dann sagte der Arzt zu ihr, das ist nichts Schlimmes, das hat sie sich wahrscheinlich selbst zugefügt. Und ich stand da, ich konnte nicht sprechen. Ich konnte einfach nicht sprechen. Ich weiß nur, dass ich innerlich unheimlich wütend war. Ich kann mich bis heute nicht selbst verletzen. Ich kann mir nicht wehtun. Ja, und dann hatte ich ein, das war mir immer unheimlich peinlich, das war mir wirklich richtig, richtig peinlich. Da war ich so 13, 12, 13. Da waren wir in der Tischtennisgruppe vom Sportverein. Und da war ein Mädel, die war ein Jahr jünger als ich. Und ich bin selber sehr lange sehr flachdrüstig gewesen. Und das ist auch ein Symptom noch dazu. Ich habe erst mit 15 meine erste Menstruation bekommen. Die Verzögerung der körperlichen Entwicklung ist auch ein Symptom, eben kurz für die Zuschauer auch. Ich musste diesem Mädchen immer auf die Brust starren. Ich wollte das nicht. Und immer und immer wieder. Und ich hatte nicht die Kraft, diesen Willen zu unterdrücken. Also diese Begierde, nenne ich es mal. Das war mir so peinlich, dem Mädel gegenüber. Also du hast nicht, wie zum Beispiel ich oder andere, so Flashbacks gehabt, sondern eher du hast aktive Erinnerungen einfach gehabt. Du konntest dich aktiv wieder an deine Kindheit erinnern. Und da sind dir diese Geschichten dann eingefallen. Diese Sachen, die sind mir wirklich erst durch meine Energiearbeit. Also was ich jetzt erzähle, sind Sachen, die ich weiß. Ja, diese Punkte, die jetzt kommen, das sind Sachen, die ich immer im Bewusstsein hatte. Ach so, das hattest du immer im Bewusstsein, dass du diesem Mädchen zum Beispiel auf die Brust geschaut hattest? Okay. Also diese ganzen Punkte, das hatte ich immer im Bewusstsein. Auch diese Spiele mit der Nachbarin. Ja, ich habe die dann mal angerufen und habe sie gefragt, und die war vollkommen geschockt. Die konnte sich an nichts erinnern. Als erwachsene Frau? Ja, das ist vielleicht so drei Jahre her, vor zwei, drei Jahren. So, dann hatte ich... Wie viele Jahre ist das denn bei dir her, dass diese Erinnerungen kamen? Mit 50, ich habe wirklich mit 50 die erste Erinnerung. Also vor sieben Jahren? Ja. Ja, das ist doch schön, das ist ja erstmal ein vollendeter Kreislauf dann jetzt. Nochmal zu den Punkten. Ich habe, wenn meine Söhne, wenn ich mit denen schwimmen war und wenn die mich gedöppt haben, dann habe ich totale Panikattacken gekriegt. Haben die immer nur einmal rausgekommen, weil ich hinterher so... Ich habe die wirklich richtig gesagt, geht nicht, ne? Also absolute Panikattacken beim Döppen. Hängt mit dem Kochtopf von der Bundeswehr zusammen, was ich dann später herausgefunden habe. Und als ich dann älter war, ich war definitiv keine Jungfrau mehr. Ja, dann im späteren Berufsleben mit einer gewissen Erfolglosigkeit gekrönt, was zum Beispiel den Abschluss meiner Dissertation betrifft oder was ich im Vorgespräch schon mal gesagt habe. Diese Situation beim Coachen, wo einfach gar nichts mehr ging, wo ich vollkommen blockiert war und wo ich heute weiß, meine Innenpersonen haben gesagt, hallo, du gehst jetzt nicht mehr arbeiten, du kümmerst dich jetzt um uns. Das war letztendlich die Botschaft dahinter, die ich damals aber nicht verstanden habe. Ganz kurz nochmal für den Zuschauer. Mit den Innenpersonen. Da sind die inneren Anteile, diese Persönlichkeitsanteile gemeint, über die wir schon mal gesprochen haben in diesem Video mit den dissoziativen Identitätsstörungen. Das verlinke ich euch auch hier. Also diese Persönlichkeitsanteile, die in jemandem entstehen durch Traumata. Entschuldige bitte, Andrea. Nur damit auch jeder gut folgen kann. Dann ein anderes Thema. Ich konnte nicht sprechen bei Ungerechtigkeiten. Ja, absolut heils zu. Ich war zum Beispiel mal Kurssprecher im Geschichtskurs und da war eine Situation, die wirklich ungerecht war, wo ich als Kurssprecher hätte sagen müssen, so hallo, geht aber gar nicht. Ich konnte nicht sprechen. Ich habe mich so geschämt wieder. So eine Scham. Und ich konnte einfach meinen Mund nicht aufmachen während meines Studiums. Lähmung und Blockaden. Entschuldigung, dass ich dich immer wieder unterbreche. Ich will es mir so machen, dass halt möglichst viele Leute auch richtig gut folgen können und mehr darüber verstehen. Und Lähmungen und solche Taubheitsgefühle oder die entstehen nämlich auch durch so traumatische Erfahrungen, dass Menschen sich nicht mehr bewegen können, ganz buchstäblich tatsächlich auch richtig gelähmt sind. Genau. Und das hat die Andrea also auch durchmachen müssen. Ja, dann hatte ich mein ganzes Leben lang eine Abneigung gegen Leber. Also ich habe mich die meiste Zeit nachher vegetarisch ernährt. Ich esse jetzt ganz ab und zu mal Fleisch, wenn ich bei bestimmten Festen oder Familienfeiern oder so, aber im Großen und Ganzen esse ich kaum Fleisch. Ich habe mal ganz strikt vegetarisch gelebt und dann mit der Schwangerschaft habe ich wieder Fleisch gegessen. Naja, ist auch lange her. Und dann hatte ich mich als Kind geweigert, Tabletten zu nehmen. Ich konnte keine Tabletten nehmen. Also vor allen Dingen so große Tabletten, die habe ich nicht runtergekriegt. Dann hatte ich Schwierigkeiten mit der Berufswahl. Ich wusste einfach nicht, was ich werden will. Und ja, im Nachhinein weiß ich jetzt, dass es ein großer Teil davon programmiert war. Aber letztendlich hat ja doch alles dazu geführt, dass ich doch mehr oder weniger dadurch das, was ich alles erlebt habe, dürfen, wirklich auch dürfen zum Teil, bin ich in eine ganz, ganz große Kraft reingekommen. Und diese Kraft, die hätte ich, glaube ich, heute nicht, wenn ich das nicht alles erlebt hätte und heilen dürfen. Also das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte. Das ist immer die positive Botschaft eigentlich einer jeden dramatischen Geschichte. Umso mehr das Pendel in die eine Richtung ausschlägt, desto muss es halt in die andere Richtung genauso doll. Dann hatte ich eine Schlangen- und Spinnenphobie. Also richtig, richtig krass. Also die war richtig heftig und die konnte ich dann wirklich vor kurzem ganz schnell heilen. Das war so wunderschön. Ich brauchte nicht mehr in das Trauma reinzugehen. Thema zurück nochmal, was ich auch noch hatte in der Kindheit immer, war, dass ich ganz plötzlich Durchfall bekommen habe. Und dann stellenweise sogar Durchfall und Erbrechen gleichzeitig. Also das habe ich sehr lange gehabt. Okay, also das sind so die Symptome, die du in deinem Leben hattest, die dafür sprechen, dass in deiner Kindheit irgendwelche traumatischen Dinge passiert sind. Und dann der Punkt, wo es passiert, wo dir klar wird, was dir passiert ist. Das war, da habe ich mit einem Freund zusammengearbeitet und dann habe ich eine Rückerinnerung gehabt, eine bildliche. Eine, was hast du gehabt? Eine bildliche Rückerinnerung. Ich habe mich zurückerinnert während dieser Arbeit und dann habe ich halt gesehen, wie bei einem Ritual diese Defloration stattgefunden hat. Und ich habe dann ganz, ganz lange nochmal gebraucht, das war ja vor sieben Jahren, 2000, da kann ich schon nicht mehr rechnen. Ich habe ganz lange gebraucht, um an weitere Erinnerungen zu kommen. Und dann habe ich 2017, das ging eigentlich 2017 erst weiter. Ich hatte, das Ganze war dann immer begleitet mit unheimlich vielen körperlichen Schmerzen. Und dann war ich 2017 bei einem, der hat Physiotherapie gelernt, arbeitet als Schamane, wusste ich aber nicht. Da bin ich einfach hin und ich wusste, dass da jemand anderes, einem kleinen Kind, sehr geholfen hat. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du wirst Schmerzen haben. Dann habe ich so gedacht, naja, ich bin Schmerzen gewohnt. Und dann habe ich, ich war nicht ganz anderthalb Stunden da, ich habe nur geschrien. Und ich habe eine Schmerzerinnerung nach der anderen bekommen. Und habe zuerst gedacht, das sind Erinnerungen aus früheren Leben. Ich habe ja sofort gespürt, dass das Foltererinnerungen sind. Und dann war mir nachher auf einmal klar, dass ich das als kleines Kind war. Also direkt wieder dissoziiert. Das ist ja auch eine ganz klassische Geschichte auch übrigens. Leute, die sich das erste Mal an irgendwas erinnern aus ihrer Kindheit, sagen dann sofort, das ist bestimmt in irgendeinem anderen Leben passiert. Oder das habe ich mal in einem Film gesehen oder geträumt oder so. Aber das ist nicht echt, dass nicht dieses Leben auf gar keinen Fall passiert. Das war mir aber dann relativ schnell klar, dass das dieses Leben war. Weil ich habe dieses kleine Kind so gespürt, weißt du, so dieses... Was hast du gespürt? Dieses kleine Kind. Ich habe die gesamten Gefühle dieses kleinen, gewolterten Kindes wahrgenommen, weißt du. Und auch, das ist ja mit das Schlimmste, was dir passiert, wenn dein Geist gebrochen wird. Wenn du nur noch sagst, bitte, 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 hör auf, tu mir nicht mehr weh, ich tue alles, was du willst. Und ich habe danach drei Tage vollkommen platt gelegen. Und ich war am ganzen Körper übersät mit blauen Flecken und habe drei Tage wirklich gar nichts machen können. Und dann habe ich im Oktober, neben November, über den spirituellen Weg, den ich gegangen bin, nochmal eine sehr, sehr, sehr hohe Einweihung bekommen. Und da habe ich mich total gefreut. Ich habe gedacht, wow, jetzt hast du die Kraft, jetzt kannst du die höchsten, die heftigsten Blockaden heilen. Und dann kam die homöopathische Erstverschlimmerung. Und das war dann so, dass ich Januar, Februar 2018 nur noch hochgradig depressiv war, überhaupt nicht mehr leben wollte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, Notbremse. Habe gesagt, so, ich brauche jetzt Hilfe. Und habe mich dann auf der Suche gemacht nach einer Klinik, die sich mit diesem Thema auskennt. Und das alleine ist schon eine kleine Herausforderung. Es gibt keine gesetzliche, keine, doch eine Klinik habe ich gefunden, die gesetzlich Versicherte aufnimmt. Und die ist in Bielefeld, wo die Frau Huber arbeitet. Und die nehmen nur Patienten im Umkreis von 150 Kilometern auf. Das ist eine Landesklinik, oder? Nee, weiß ich gar nicht. In Bielefeld. Einfach mal Michaela Huber googeln. Die ist da im Bereich der Psychotherapie mitführend hier in Deutschland. Traumatherapie. Wie bitte? Traumatherapie. Und auch rituelle Gewalt, da kennt ihr sich sehr gut. Auch das, okay. Und dann habe ich halt eine Klinik gesucht und ein Stoßgebet zum Himmel abgegeben mit der Bitte, dass ich jetzt die Heilung bekomme, die ich benötige. Und dann bin ich auf das Gezeitenhaus Schloss Wesseling gestoßen. Und die arbeiten mit chinesischer, traditioneller Medizin. Das ist auch eine Privatklinik. Und die haben einen Sozialplatz. Und den habe ich dankenswerterweise bekommen. Und dann bin ich Anfang Mai für neun Wochen dort in der Klinik gewesen. Und ich kann diese Klinik im Großen und Ganzen wirklich sehr empfehlen. Ich bin aber als Verschwörungstheoretiker eingeliefert worden. Hattest du deinen Aluhut auf, als sie dich eingeliefert haben? Ich habe keinen. Also kann ich nicht überdrehen. Also wegen paranoider Wahnvorstellungen oder was stand da auf dem Zettelchen? Nee, die hatten halt gesagt, dass ich zusätzlich, die machen die nämlich nur auf, wenn ich einen Psychotherapeuten habe. Dann war ich also gleichzeitig noch auf der Suche nach einem Psychotherapeuten. Das ist auch der Wahnsinn. Also dass man es, man schafft es im absoluten Leid, sich irgendwo nach so einem Strohhalm zu greifen und sagt, Hilfe, Hilfe, zieht mich aus dem Wasser. Und die sagen, ja gut, holen Sie sich erst mal noch einen Strohhalm, bitte. Und dann kommen Sie wieder. Ja, im Nachhinein bin ich denen sehr dankbar dafür, weil ich habe dann hinterher noch wirklich auch eine gute Therapie da machen können. Also was aber vorweg noch mal ist, erst mal die gesetzlichen Psychotherapeuten sind vollkommen überlaufen. Da findest du keinen Platz. Dann brauchst du von der Krankenkasse eine Ausnahmegenehmigung, dass du bei einem Privatpsychotherapeuten Therapie machen darfst. Und dann musst du erst mal einen Therapeuten finden, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Beziehungsweise erst mal überhaupt jemanden finden. Und ich bin da meiner Therapeutin wirklich sehr, sehr dankbar. Die hat mich angeguckt und hat gesagt, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Ich weiß, dass es das gibt. Und ich habe keine Angst davor. Und die hat sich dann auch im Laufe der Zeit auch entsprechend fortgebildet. Aber kann für die natürlich auch eine große Chance sein, so viel Neues zu lernen. Aber man muss natürlich schon auch sagen, erst mal ist so ein Thema verständlicherweise für Therapeuten auch sehr überfordern. Das bringt ja dann auch tatsächlich sehr viel Verantwortung mit sich. Und vor allem bei Menschen mit so dissoziativen Identitätsstörungen, wo es so dann verschiedene Persönlichkeitsanteile gibt, da kann das ja durchaus dann mal zu einer wirklich sehr, sehr anstrengenden Aufgabe werden, die sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als so eine normale 50-Minuten-Sitzung. Ja, und es ist ja auch für die Therapeuten, die erfahren ja auch Dinge, die... Auch für sie selbst schwierig, ja. Also meine Therapeutin in der Klinik hat mich mal irgendwann gefragt, ob ich an der Rückmeldung ihrerseits interessiert wäre. Und sie sagte, ich bin geliebend, ich würde am liebsten überall... Ich würde alles kurz und klein hauen, ne. Und das ist ja für sie auch, für die Therapeuten extrem belastend. Und eigentlich das, was dieses Thema nur heilen kann, ist wirklich in die größte wirklich bedingungslose Liebe reingehen und auch aus der bedingungslosen Liebe heraus den Tätern begegnen. Vergebungsarbeit, das ist so wichtig, ne. Das ist sowas von wichtig. Die Heilung geht nur über Vergebung. Ja, da bin ich auch überzeugt. Aber vielleicht kannst du dazu ein bisschen mehr sagen, weil die meisten Zuschauer, würde ich jetzt mal so unterstellen, also auf jeden Fall begegnet mir diese Frage auch sehr häufig, da gibt es immer sehr viel Verwunderung darüber, dass Menschen, die so extreme Dinge erlebt haben, dass die die größten Heilerfolge in der Regel eigentlich darin finden, in der Vergebung finden oder darin finden, sich eben nicht mehr rächen zu wollen. Also für die meisten Menschen ist das, glaube ich, ein sehr normales Prinzip. Jemand hat mir wehgetan, dann entweder übe ich jetzt Rache oder ich vergebe eben einfach nicht. Dann ist der eben bestraft mit meiner Nichtvergebung oder so. Also es geht aber immer so darum, das irgendwie zu bestrafen in der normalen Welt, sage ich mal. Und ich glaube, der normale Zuschauer kann dieses Konzept mit der Heilung durch Vergebung noch gar nicht so genau spüren. Also vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen. Heilung durch Vergebung. Ja, es hat ja alles eine Ursache und eine Wirkung. Es ist immer Ursache, Wirkung. Und über die Vergebung steigen wir aus. Wenn ich Rache will, dann bin ich auf derselben Ebene wie diejenigen, dann bin ich genauso Täter wie jemand, der die Tat ausführt. Dann bleibe ich in diesem Spiel drin. Und es geht immer nur darum, aus diesem Spiel auszusteigen. Rausgehen. Und rausgehen kann ich nur, indem ich mein Bewusstsein verändere. Indem ich hingehe und sage, okay, es ist so gewesen. Erst mal akzeptieren, es war so. Und dann hinzugehen, okay, was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich tun, damit ich für mich meinen Seelenfrieden bekomme? Es geht ja nur, für jeden einzelnen Menschen geht es ja nur darum, seinen eigenen Seelenfrieden zu bekommen. Hört gut zu. Ich habe gesagt, hört gut zu. Es geht für jeden nur um seinen eigenen Seelenfrieden. Genau. Ja, und den bekomme ich aber nur, wenn ich in Frieden bin und in der Vergebung bin und im Einklang bin. und wenn der Nachbar den Rasenmäher anwirft oder die Motorsäge anwirft, wenn wir gerade mit unseren Kindern Kindergeburtstag feiern wollen, dann kann ich sauer und wütend auf meinen Nachbarn sein. Ich kann aber auch hingehen und sagen, okay, ich liebe jetzt einfach mal meinen Nachbarn. Einfach ins Herz gehen, ich gehe in Resonanz, zur bedingungslosen Liebe. Der wird ja auch einen guten Grund dazu haben, seine Motorsäge anzuschmeißen. Schätzungsweise. Das war jetzt nur ein fiktives Beispiel. Ja, ist ja klar. Ja, naja, genau. Das ist ja auch das, was ich jetzt demnächst in dieser neuen Videoreihe anpacke mit dem Vergeben und so und wie man diese alle Sachen so machen kann. Das ist in meinen Augen ja eigentlich auch der einzige Weg in die Heilung. Also die Liebe und die Vergebung und eben. Ich benutze immer so gerne das Beispiel von der Polarität. Alles ist auf einer Skala dasselbe, zwei verschiedene Pole und du kannst natürlich heißes Wasser nur kühler bekommen, indem du das Gegenteil benutzt, also kaltes Wasser und dann wird es warmes Wasser. Das Gleiche gilt natürlich für Hass. Also du kannst Hass nicht mit Hass bekämpfen. Du kannst Hass nur mit Liebe zu einem schöneren Gefühl ausgleichen. Ja, ganz deiner Meinung. So, ich schaue mal noch mal ganz kurz auf unsere Gesprächspunkte, damit wir hier auch nichts vergessen. Wie ist MKUltra überhaupt möglich? Wie können US-Soldaten, wie können US-Militärs, das von ihnen entwickelte MKUltra in Deutschland ausüben? Wie geht das? Und jetzt wird es nämlich sehr, sehr spannend, weil, das hat die Andrea ja auch versucht zu erforschen und rauszufinden und mal so nachzubohren. Wie kann denn sowas alles sein? Und dann kommen wir doch jetzt mal zu der aktuellen, sehr interessanten Entwicklung. Also du hast dich jahrelang erstmal mit deiner eigenen Selbstheilung befasst und mit deiner souveränen Werdung, ganzheitlich Werdung, wie auch immer man es nennen möchte. Unter anderem eben auch diesen sehr anstrengenden Prozess durchlaufen, dich von dieser BRD zu trennen. Respekt. Und ja, aber da bist du ja jetzt noch lange gar nicht fertig. Jetzt willst du ja antworten von den großen Stellen und da hast du ja auch schon dich hingewandt. Und ja, was ist denn dann passiert, als du dich an Staatsanwalt und Medien gewandt hast? Ja, das ist ein interessanter Prozess und die Folge dieses Prozesses ist dieses Interview und meine Bitte an die Zuschauer anschließend. Also ich habe letztes Jahr im Februar einen Termin bei einer Rechtsanwältin gehabt, die auf einem Kongress gesagt hat, wo es um rituelle Gewalt ging, dass sie niemanden kennt, der Strafanzeige gestellt hat oder erstattet hat. Und was übrigens nicht ganz stimmt, die Niki aus dem Film Höllenleben hat Strafanzeige erstattet, ist aber auch nichts passiert. So, und dann bin ich letztes Jahr bei ihr gewesen im Februar und hatte ihr vorab das Gutachten von der Klinik zugeschickt. Das Gutachten? Das Gutachten, das Entlassungsgutachten aus der Klinik. So, das hatte sie also während unseres Gesprächs da liegen und es ging um die Strafanzeige, deswegen war ich eigentlich bei ihr und sie sagte dann aber, dass ich alleine aufgrund des Gutachtens, was da vorliegt, ich Anspruch auf Leistung aus dem Fonds für Opfer von sexuellem Missbrauch habe. Da habe ich gedacht, okay, mache ich, habe ich diesen Antrag gestellt. Seit 2018 ist das, glaube ich, möglich, dass man... Ja, den Fonds gibt es schon lange, aber dass die Bundesregierung auch rituelle Gewalt und diese Geschichten anerkennt und auch diese Menschen berechtigt sind zu diesem Fonds, das ist, glaube ich, erst seit 2018 so, oder nicht? Das weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur mal mit einer Mitarbeiterin gesprochen und sie gefragt, wie viele Antragsteller denn von ritueller Gewalt betroffen sind und da hat sie gesagt, das können wir nicht sagen, interessant, das können wir nicht sagen, weil es wird im Fragebogen gefragt und dann sagt sie ja, aber manche kreuzen Nein an und dann im Laufe des Prozesses stellt sich dann heraus, dass es doch ein Ja ist und dann denke ich eigentlich nur, vielleicht ist das ja gar nicht so schwer, in der Excel-Tabelle ein Kreuz zu machen, sofort oder später. Naja, also zum Fonds kommen wir vielleicht später nochmal. Also wie gesagt, vor einem Jahr den Antrag gestellt und gleichzeitig dann, die Rechtsanwältin meinte dann zu mir, ich wäre so eloquent, ich sollte die Strafanzeige mal selber stellen. Und dann habe ich am 23. März letzten Jahres Strafanzeige gestellt und zwar, ich hatte vorher mit einem, ist egal, Strafanzeige gestellt, wegen, ich glaube 17 Straftatbestände insgesamt aufgeführt. Unter anderem Mord. Mord, MKO, soll ich so alle aufführen? Wäre natürlich sehr schön, jetzt der Vollständigkeit halber für unsere Zuschauer. Wir wollen ja wissen, was so alles unter den Tisch fallen gelassen wird, wenn jemand Anklagen zur Sprache bringt. Also, sehr geehrter Herr Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank, 23. März 2020 vorweg. Hiermit erstatte ich Strafanzeige aus allen Rechtsgründen, gegen Unbekannt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere Mord, Anstiftung zum Mord, gewaltsame Defloration, Sexuellen und Rituellen Missbrauch, Pädophilie, Kinderpornografie, Körperverletzung, bis hin zur Reanimation des Opfers, in Klammern ich, Freiheitsberaubung, Folter durch, in Anführungsstrichen, Waterboarding, Stromschläge, Knochenbrüche, Drogen, Bewusstseinskontrolle, hier speziell MK-Ultra, Kannibalismus, inklusive aufgezwungenem Kannibalismus, Manipulation meines Lebenslaufes mittels MK-Ultra und damit verbunden aufgezwungene Berufswahl, und Ausbildung zum potenziellen hypnosegesteuerten Atemtäter. Das ist eine lange Liste. Ja. Ja, und dann? Was ist denn dann passiert? Was ist denn dann passiert? Ja. Erstmal nix. Außer Anfang April habe ich Herzschmerzen bekommen. Also richtig heftig Herzschmerzen. Und ich habe mich, als ich aus der Klinik zurückgekommen bin, komplett untersuchen lassen. und mein Herz ist vollkommen gesund. Bei den Untersuchungen kam raus, dass diese Knochenbrüche zu sehen sind. Ich habe im EMDR gesehen, wie die mir die Arme auf dem Brett so draufgeschlagen haben, so richtig kräftig. Und ich habe also auf jeden Fall am einen Arm, ich habe mir nicht beide Hände Arme röntgen lassen, am Handwurzelballen ist ein Knochenbruch zu sehen. Ja, warte mal, wo war ich denn jetzt? Also das ist definitiv bei mir passiert und sonst ist erstmal nix, 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 nix passiert. Und dann irgendwann, da war aber, glaube ich, es ging schon Richtung Sommer, Ende Frühling, Sommer, klingelte das bei mir und dann waren zwei Kriminalisten da, die sich auch ausgewiesen haben. Und die wollten nur wissen, ob ich hier wohne, ob ich Andrea sowieso bin und ob ich da wohne und habe ich die reingebeten und habe kurz mit denen gesprochen und die waren wenig begeistert, dass die jetzt die ganze Sache bearbeiten müssen und kurze Zeit später hat er mich nochmal angerufen und um eine Freigabe der Schweigepflichtentbindung für meine Therapeuten. Die habe ich denen dann gegeben und was ist denn dann passiert? Dann kam ein Schreiben von einer Staatsanwaltschaft aus Norbrück, dass sie das bearbeiten und die Kriminalisten und die Kriminalisten hatten mir auch gesagt, dass ich zum Zeugenvernehmung vorgeladen werde. Meine Therapeutin ist angeschrieben worden dann irgendwann, das war schon im Hochsommer, glaube ich. Die hat das Ganze dann bestätigt als schweren rituelle Gewalterfahrungen und sie wurde gefragt, ob sie das für glaubhaft hält und das hat sie bestätigt und der Staatsanwalt hatte ihr gesagt, weil sie nachgefragt hatte, Staatsanwalt hatte ihr gesagt, wenn sie das bestätigt, muss er weitere Ermittlungen aufnehmen. So. Nur, dass Sie das wissen. Wenn Sie das jetzt bestätigen, habe ich Arbeit. Nee, das war nicht das Problem, so glaube ich. Also, auf jeden Fall, ja. Dann, jetzt muss ich mal wieder scharf nachdenken. Ich hole mal eben den ganzen, nicht, dass ich hier die Chronologie durcheinander bringe. Also, im April, 21. April, habe ich die Bestätigung von der Staatsanwaltschaft Osnabrück bekommen. So. So, und dann passierte nichts, 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 nichts. Immer noch nichts. Und dann habe ich zwischenzeitlich mal versucht, bei der Polizei jemanden zu erreichen. Dann haben die mir dann eine Telefonnummer von einer Dame gegeben, die für den Staatsschutz eigentlich zuständig ist. Und da habe ich dann versucht, die anzurufen. Und dann habe ich gedacht, na ja, okay, sind Ferien. Habe ich nach den Ferien nochmal angerufen. Also, da meldet sich niemand mehr. Vielleicht ist da ja auch schon niemand mehr beim Staatsschutz. Ich weiß es nicht. Also, so, aber auf jeden Fall nichts, nichts, nichts. Nichts. Und dann am 20.10. änderte sich das nichts. Da kommt ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die Vorprüfung des von Ihnen angezeigten Sachverhalts hat ergeben, dass die vorgeworfene Straftat heute nicht mehr verfolgt werden darf, weil nach Ablauf von 20 Jahren die sogenannte Verjährung eintritt. Lediglich Tötungsdelikte unterliegen keiner Verjährung und können daher unbegrenzt verfolgt werden. Ich bedauere Ihnen keine andere Auskunft geben zu können. Hochachtungsvoll. Nicht unterschrieben, beglaubigt. Justizinspektorin mit Paraphe. So. Und dann habe ich das gelesen. Ich denke, hm, hm, hm. Und da war ich doch ein wenig sehr irritiert, weil ich hatte ja Anzeige wegen Mord gestellt und gleichzeitig in dem Schreiben aufgrund mehrerer Tatsachen zum einen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, die verjähren eh nicht. So. Und da war ich ein wenig irritiert, habe ich nochmal drauf geantwortet. Und am 31. Oktober und dann kam am 20. 11. Achso, und zwischendurch hatte ich dann genau, ich hatte dann mit dem Staatsanwalt telefoniert und hatten wir ein längeres Gespräch. Der war auch wirklich nett, muss ich sagen. und der sagte dann zu mir, er hat vom Generalbundesanwalt nur den Auftrag bekommen, im Bereich der Vergewaltigung zu ermitteln. Kannst du das nochmal lauter sagen, bitte? Er hat vom Er hat vom Generalbundesanwalt vom Generalbundesanwalt Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank den Auftrag bekommen, den Auftrag bekommen, im Bereich der Vergewaltigung zu ermitteln. Mhm. Nur im Bereich, also nur, ja, Osnabrück, nur im Bereich Vergewaltigung. Also offizieller Auftrag von Herrn Dr. Peter Frank. Sie haben da diesen Brief von der Andrea sowieso aus Brandenburg und die sagt, die erhebt so Vorwürfe von Mord, rituellem Missbrauch, ritueller Gewalt, Pädophilie, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, etc., etc. Die Liste haben wir ja eben vorgelesen bekommen, die ist lang. Und der Herr Dr. Peter Frank, ich sage es noch einmal, der war der Meinung, man sollte hier, wenn überhaupt, wegen Vergewaltigung ermitteln, richtig? Er hat wegen Vergewaltigung definitiv wegen Vergewaltigung ermitteln lassen. Es kann natürlich auch sein, das weiß ich ja nicht, dass er jemand anders auch noch hat ermitteln lassen, aber bei mir ist keine Nachfrage. So, wir erinnern uns aber jetzt noch mal ganz schnell, was Andrea schon zu Beginn gesagt hat. Nur Liebe kann Hass heilen. Also wir wollen jetzt keine Hass-Mails an Herrn Dr. Peter Frank schreiben. Ich wollte nur den Namen gerne noch mal ganz klar, also es steht ja jeder für das, was er ist, mit seinem eigenen Namen so ein. Man kann das ja sagen, man muss die Leute aber deswegen ja jetzt auch nicht beherrlichen, bitte schön. Nein, nein, darum geht es nicht. Es geht um seine Funktion. Wir müssen mal, er ist in seiner Funktion Generalbundesanwalt. Ja, der Generalbundesanwalt. So, dagegen habe ich dann wieder Widerspruch eingelegt. Du bist aber auch hartnäckig. Ja. Der Widerspruch wurde dann auch wieder abgelehnt. so, und dann habe ich am 12. Dezember 2020 einen offenen Brief und Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. Und zwar die Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat das ja auch, ich weiß gar nicht, wo ich das schreiben habe. Ist jetzt auch egal, weil sonst dauert das Interview ewig. Also ich mache mal die Kurzfassung, ja. Dann habe ich einen offenen Brief geschrieben an die Christiane Lambrecht, in ihres Zeichen genannt, Bundesministerium, Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Und an Frau Barbara Halwitscher, oder Halwitscher, niedersächsisches Justizministerium. Und dann habe ich den Brief ebenfalls an den NDR geschickt und an die Neue Osnabrücker Zeitung, in der ich letztendlich eine Chronologie der Ereignisse aufgeführt habe und diverse Fragen an die Damen gerichtet habe. Noch kurz zur Info, diese beiden Medien hast du wahrscheinlich gewählt wegen der Lokalität der Ereignisse? Ja, der Zuständigkeit halber. Also die Osnabrücker Zeitung wäre die entsprechend nächstgrößere Zeitung gewesen und der NDR einfach. Mhm. Ja. Naja, du hast dich jedenfalls an all diese Menschen gerichtet mit der Beschwerde darüber, dass hier offensichtlich so ein paar Anklagepunkte fallen gelassen worden sind, ja. Mhm. Und was ist denn dann passiert? Was ist denn da passiert? Also, ich habe eine Eingangsbestätigung bekommen. Schon mal nicht schlecht. Und dann kamen NDR und Osnabrücker Zeitung und überhaupt alle Medien und haben alle Kameras und Lampen auf dich gerichtet und Interviews ohne Ende und der Staatsanwalt hat sich für das Missverständnis entschuldigt und jetzt läuft dein Verfahren, richtig? Nein, ich habe einfach eine Eingangsbestätigung bekommen und ich habe diesen an die Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg abgegeben, da diesen die Bearbeitung in erster Linie obliegt. Bumm, aus. Und vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz habe ich nichts bekommen. Keine Meldung. Bist du denn Verbraucher? Also müssen die dich schützen? Ich weiß ja nicht. Bist du Verbraucher? Ist ja das Verbraucherschutzamt jetzt müssen die dich schützen. Justiz ist ja auch das Justizministerium und das Justizministerium ist ja für den Herrn General Bundesanwalt zuständig und so, so. Der Andrea macht nämlich keiner was vor, die kennt sich mit den Zuständigkeiten aus. Aber ja, was ist denn, wenn man sich mit allen Zuständigkeiten auskennt und an die richtigen Stellen schreibt? Dass, wenn du etwas schreibst, was sie nicht hören wollen und was, dann kommt eigentlich immer grundsätzlich die Antwort, was auch der Generalbundesanwalt, den hatte ich ja auch geantwortet und dann kam als Antwort zukünftige Schreiben dieser Art ihrerseits werden wir nicht beantworten. Schreiben dieser Art werden wir nicht mehr beantworten. Und ja, was jetzt eigentlich mein Anliegen ist und auch an Zuschauer und es ist ja hier letztendlich eine Weitbeleuchtung erforderlich und es geht ja um die Vertuschung und um die Unterdrückung der Wahrheit, was unser System beherrscht noch, weil die Ausmaße der rituellen Gewalt, welche Ausmaße das auf unsere Führungsstrukturen hat und auf unsere gesamtgesellschaftliche Funktionsweise, das können sich die wenigsten Menschen vorstellen. Das ist das oberste Prinzip, was alles beherrscht noch oder bisher beherrscht hat. Und wir können diesen Zustand nur dann ändern, wenn wir es in die Öffentlichkeit bringen und wenn wir es beleuchten. Und dafür brauchen wir aber eine breite Öffentlichkeit und deswegen liebe Zuschauer, ich bitte euch, nehmt euren E-Mail-Verteiler und ich bitte euch wirklich, wenn ihr was tun möchtet, wenn ihr dazu beitragen möchtet, dass Licht ins Dunkel kommt, dann schreibt doch bitte die neue Osnabrücker Zeitung an, schreibt den NDR an, schreibt die Zeitungen bei euch in der Gegend an, schreibt die großen Zeitungen an, schreibt Radio, schreibt Fernsehen an, schreibt alle an mit dem Link auf diesem Video und fragt sie doch einfach, warum sie nicht berichten. Und vor allen Dingen teilt es in den, das halte ich noch für viel, viel wichtiger, teilt es in den Medien, die die Wahrheit lieben, dass es eine große Verbreitung bekommt, dass diese Vertuschung ein Ende hat, dass wir wirklich auch unser Leben wirklich in Freiheit wieder leben können und das können wir nur in Freiheit leben, wenn wir wissen, was uns beschränkt. Und diese Beschränkung ist an aller oberster, oberster Stelle diese geheim vertuschten Machtstrukturen der rituellen Gewalt. Die rituelle Gewalt beherrscht das so stark, dass und sie findet ja im Verborgenen statt, deswegen wissen die Menschen nicht, was geschieht. Und deswegen hat es trotzdem noch eine umso größere Macht. Und da ist es so wichtig, dass wir das wirklich behelden, beleuchten und bitte bleibt immer in der Liebe, bleibt freundlich und es geht nicht darum, irgendjemanden anzuklagen und ich denke auch Angela Merkel, die ist, die hat nach meinem Empfinden schlimmste Gewalt in ihrer Kindheit erfahren. Ist auch mein Eindruck, ja. Ja, und ich bitte euch einfach, teilt es, teilt es, teilt es und dass dieser Sachverhalt ganz einfach in den öffentlichen Medien, dass auf der ARD zur besten Sendezeit 20.15 Uhr wirklich eine Tatortbeleuchtung stattfindet. Ja, dass dort die entsprechenden wirklichen Experten eingeladen werden, dass mit denen gesprochen wird. Können sich gerne an dich oder mich wenden, wenn sie nicht wissen, wer das ist, dass da wirklich mit den Menschen geredet wird und gesprochen wird und dass es die Menschen erreicht und ich bitte auch die Menschen, die vielleicht zum ersten Mal jetzt davon hören, seid nicht schockiert darüber, dass es sowas gegeben hat, sondern freut euch, dass es in die Öffentlichkeit kommt, weil nur durch die Öffentlichkeit, nur durch die Beleuchtung, durch die Offenbarung können wir es beenden und zwar endgültig und für immer und wir sind diejenigen, die es beenden. Jeder Einzelne von uns, der etwas unternimmt, jeder von uns, wir alle haben die Kraft, wir haben die Macht, wir schaffen das, wir können das. Da habe ich Angela Merkel zitiert. Ja genau und du, also jetzt du, der du da gerade so sitzt und denkst, ja ich würde schon gerne, aber ich kann eigentlich nicht. Für dich können wir ja einfach unten in der Beschreibung so als Inspiration ein paar Fragen, wir schreiben so ein paar Fragen in die Beschreibung, die man an solche Stellen mal richten könnte. Also Fragen sind ja eh immer eine gute Methode, ihr müsst ja niemanden anklagen oder angreifen oder sagen du, 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 ihr könnt ja einfach mal fragen, ist ihm dieser Fall bekannt, wieso ist da nichts passiert, wieso wurde das fallen gelassen, wieso berichtet da niemand und so. Wir geben in der Beschreibung so ein paar Fragen als Inspiration an, damit auch jemand, der jetzt glaubt, ich bin gar nicht so geschickt im Formulieren von irgendwelchen Mails, das vielleicht doch hinkriegen kann und auch nicht schlecht, ist übrigens auch immer Anrufen an alle, die sich das trauen und denen vielleicht gerade in Corona-Zeiten ein bisschen langweilig ist. Wir werden alle wichtigen Stellen und guten Fragen einfach unten in der Videobeschreibung aufschreiben und ansonsten, genau, ich unterstütze nach Kräften den Aufruf von Andrea und das gilt eigentlich sowieso grundsätzlich und immer und für alles, aber bitte bleibt immer schön bei euch selbst und bleibt in der Liebe und bleibt in der positiven Grundstimmung, weil wir können negativen Hass und Ärger nicht mit noch mehr Hass und Ärger beenden, das wird nur immer schlimmer. Hast du schön gesagt. Ah, schön. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube, irgendwas haben wir noch nicht. Habe ich mich bedankt bei den Spendern? Nein, Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich weiß den Namen von dem Ehepaar nicht, aber ganz, ganz, liebe Maike. Das ist gar kein Ehepaar übrigens. Achso, das wusste ich nicht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mir noch das Coaching gesponsert, gespendet habt und das hat mich noch mal so viel weitergeführt und so in die Kraft und die Klarheit noch mal. Das war das allererste Mal, dass ich wirklich von jemandem, der mich überhaupt nicht kennt, der mir was Gutes getan hat. Oh, schön. Oh Gott, Andrea, danke. Jetzt wird sehr bemotional. Ja, aber dafür möchte ich mich auch unbedingt noch mal bedanken. Es ist einfach sowieso, also alle Menschen, die hier spenden und die hier zuschauen, die Kommentare schreiben, die das verbreiten und so weiter, ihr tut so viel. Ich meine, schaut euch bitte die Rührung von Andrea gerade an. So gerührt bin ich im Grunde genommen 24-7. Also wir sind wirklich unfassbar dankbar dafür, dass ihr die Mittel bereitstellt, dass solche Dinge möglich sind, dass ihr die Aufmerksamkeit uns schenkt. Wie Andrea auch gerade schon gesagt hat, es gibt das Wichtigste, um diese Themen anzupacken oder zu beenden, ist die Aufmerksamkeit und ich glaube, wir können für gar nichts mehr dankbar sein als für eure Zeit. Dankeschön. Ich danke dir auch. Ich danke allen Zuschauern. Und die ganze BAM-Gang dank dir oder eigentlich man ganz Deutschland soll dir jetzt mal gefälligst danken, weil das ist ein Riesen-Berendienst. So viele Leute gibt es noch nicht, die sich in die Öffentlichkeit stellen und darüber sprechen und vor allem in deinem Fall ja auch noch die Kraft und den Mut haben, das an den offiziellen Stellen anzuprangern und das anzusprechen und das klären zu wollen. Das ist danke Andrea. Gerne. Es geht wirklich um die Bewusstmachung, um die Öffentlichkeit. Super. Genau. Andrea ist ja auch im Club der Lebendigen. Also der Club der Lebendigen ist für alle Menschen, die in ihrem Leben auch Erfahrungen gemacht haben mit organisierter oder ritueller Gewalt. Und wenn du da vielleicht auch zugehörst und auch dazukommen möchtest oder uns vielleicht sogar auch eines Tages mal deine Geschichte erzählen möchtest, ist aber keine Voraussetzung, dann bist du natürlich herzlich willkommen auch im Club der Lebendigen dich mal vorzustellen und das machst du am besten, indem du an die Lea schreibst, an lea.bemolution.de Ja, also wir sind der Club der Lebendigen. Wir sind absolut lebendig, wie man ja wohl sehen kann. Und wir glauben, dass die Kraft der Liebe diese Welt um einiges verändern kann. also wenn ihr auch Lust habt diese Welt zu verändern, dann fangt einfach an mit dem bedingungslosen Lieben. Ich glaube, das ist vielleicht die beste Botschaft, um das zu schließen. Oder möchtest du, liebe Andrea, noch ein letztes Wort gern haben? Nein, du hast da jetzt so ein perfektes Schlusswort gesagt, in dem ist nichts mehr zuzufügen. Fantastisch. Lasst uns alle lieben. Lasst uns alle lieben. Und vergeben. Okay, wunderschön. Danke, ich habe das geliebt. Schönes Interview. Ja, danke dir. So ihr Lieben, das noch. Hört ihr die Vögel? Es wird fröhlich. Nee, das nicht. Die Andrea hat sich jetzt eine Internetseite eingerichtet. Unter andrealebtfreiheit.de wird vermutlich ab Sonntag die Seite erreichbar sein. Darüber könnt ihr sie dann auch anschreiben. wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und ja, wir haben am Ende des Interviews bemerkt, dass wir eine ganze Menge Sachen offen gelassen haben, aber es war ja nun auch schon sehr lang. Deswegen hat Andrea sich eben dazu durchgerungen, herzlichen Dank Andrea, einfach weiter zu berichten auf ihrem eigenen Kanal. Das findet ihr dann alles wahrscheinlich ab Sonntag unter Andrea, nein, nicht wahrscheinlich, das findet ihr ab Sonntag, dem 7. 7. März 2021 unter andrealebtfreiheit.de Außerdem möchte ich euch noch ans Herz legen den Doktor Marcel Peutel. Der hilft mir oft in meinen Recherchen. Den hatte ich jetzt auch gefragt, ob er mir einen Text zu Scheiterprogrammen schicken kann, also das, was ihr da in diesem Video gesehen habt, von Sandra Rasch, die übrigens auch in dem Film Höllenleben auftaucht, den ich euch auch ans Herz legen möchte. Diesen Text hat mir der Marcel Polte gegeben und der hat auch ein ganz großartiges Buch geschrieben, das heißt Dunkle neue Weltordnung und da findet ihr sehr, sehr viele ausführliche und gute Quellen und Berichte zu all diesen Themen MK-Ultra, rituelle Gewalt, etc. Wenn ihr euch also auf seriöse Weise darüber weiterbilden möchtet, kann ich euch nur das Buch von Marcel Polte empfehlen. Herzlichen Dank und jetzt wünsche ich uns allen ein bemominal tolles Wochenende und ich hoffe, das bleibt jetzt so und wird noch besser für uns alle. Wollt ihr mal sehen? Ab durch die Angst in den Frühling bis bald bis beim scheiibo bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal » singing» bis zum nächsten Mal schon am